Literaturradio Höherbahn Abseits vom Mainstream Beamtentum zwischen staatsdienend und staatstragend Egal wie viel sich ändert, Beamte blieben noch bei jeder Regierungsform der vergangenen 200 Jahre Teil des Staates. Die Historikerin Therese Garstenauer untersucht das österreichische Beamtendasein in einer Zeit enormer Umbrüche zwischen Monarchie und Nationalsozialismus und erörtert die Frage, wie sich das Standesbewusstsein der Staatsangestellten veränderte. Obwohl man es in der österreichischen staatlichen Bürokratie unweigerlich mit Beamten zu tun bekommt, ist die Idee vom Staatsangestellten, die im Gegenzug für Dienst und Treue einen sicheren Posten sowie lebenslange Versorgung bekommen, nicht mehr ganz so unausweichlich. Geschichtlich betrachtet ist das Konzept relativ jung. Erst Ende des 18. Jahrhunderts führte Kaiser Josef II. diese Form des Staatsdienstes mit dem Ideal eines nicht bestechlichen und stets korrekt arbeitenden Diener des Staates ein. Das ist immer noch eines der wenigen positiven Stereotype über Beamte, sagt Therese Garstenauer von der Universität Wien, die sich in ihrem vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projekt einer Forschungslücke annimmt. Man wisse viel über den überbordenden Beamtenstaat der Habsburger Monarchie, reichlich über die Präzision des administrativen Apparates der Nazizeit, aber die Jahre dazwischen hätten bisher nur wenig Beachtung gefunden. Vom Kaiser zur Krise Die Beamten waren während der KUK-Monarchie und darüber hinaus eine bedeutende Gruppe. Zeitgenössische Schätzungen zufolge war in den frühen 1920er Jahren gut ein Siebtel der Bevölkerung vom Staat als Arbeitgeber abhängig, sei es aktiv im Dienst, in Pension oder als Angehörige. Es kommt nicht von ungefähr, wenn man sagt, dass das Beamtentum Österreich prägt, äußert sich Garstenauer zu dessen historischen Wurzeln. Umso einschneidender waren dann die Abbaumaßnahmen, die von 1922 bis 1925 fast ein Drittel der Beamtenstellen wegfallen ließ. Gefordert hatte dies der Völkerbund als Bedingung für wirtschaftliche Hilfe. Aber viel eingespart wurde im Nachhinein betrachtet nicht, weil gleichzeitig nicht wirklich viel am System geändert wurde, so Garstenauer. In Pension geschickte Beamte mussten weiter bezahlt werden und manche Stellen wurden kurze Zeit später wieder nachbesetzt. Gleichzeitig waren Beamte, die ihre Posten behielten, von der Hyperinflation betroffen, die 1922 ihren Höhepunkt erreichte. Ihre fixen Gehälter wurden in kurzer Zeit fast völlig entwertet. Standesgemäßes Verhalten in harten Zeiten Therese Garstenauer interessiert sich in ihrer Arbeit insbesondere dafür, wie sich Krisen mit dazugehörigen Abstiegsängsten auswirken. Was passiert, wenn eine solche Gruppe aus dem Mittelstand sich geprellt fühlt, weil die einst als sicher angesehenen Vorstellungen vom Leben nicht eingelöst werden? Eine wesentliche Quelle in dem Projekt sind unter anderem tausende Akten zu Disziplinarverfahren gegen Beamte aus den unterschiedlichsten Bereichen. Auch das Privatleben spielt dabei eine Rolle. Dienstrechtlich war festgelegt, dass ein Beamter jederzeit ein standesgemäßes Leben zu führen hatte. Damit ist nicht nur ein bestimmter materieller Lebensstandard gemeint, sondern auch, dass ein Beamter sich außerhalb des Dienstes so zu verhalten hat, dass er dem Ansehen des Amtes nicht schadet. Wenn Staatsbedienstete unter Alkoholeinfluss in einem Lokal randalierten, außerirdische Affären hatten oder massiv verschuldet waren, dann wurde das dienstrechtlich zum Problem. In den dokumentierten Verfahren zeigt sich auch die schwierige alltägliche wirtschaftliche Lage in den 1920er Jahren, selbst bei Beamten mit sicheren Stellen. So erzählt Garstenauer von einem Postangestellten, der aus einem im Transport beschädigten Paket etwas Hefe zum Brotbacken mit nach Hause nahm, weil viele grundlegende Dinge knapp waren. Ein typisches Vergehen war außerdem, dass Briefe aus dem Ausland geöffnet wurden, in der Hoffnung darin, Fremdwährung zu finden, die der Inflation standhalten würde. Es finden sich aber auch etwas absurdere Geschichten, wie der Fall eines Sektionschefs, der eine vom Wind verwehte Pelzmütze gestohlen hatte, nachdem ein Schaufenster im Sturm zerbrochen war. Manche sind und werden gleicher. Wie die Vergehen geahndet wurden mit Gehaltskürzungen, Rückstellungen, Kündigungen, unterschied sich signifikant nach Art des Vergehens und der Person. Es fällt auf, dass gerade den höheren Beamten sehr wenig passiert. Wenn es überhaupt zu einem Verfahren kommt, erklärt die Historikerin und meint, dass in solchen Fällen oft eine mildernde Erklärung gefunden und nicht mehr als eine Verwarnung ausgesprochen wurde. Auch enthalten die Akten tendenziell weniger Informationen zum Leben und Hintergrund der Person, wenn der Beschuldigte ein ranghoher Beamter war. In den 1930er Jahren mehrten sich dann die Disziplinarverfahren wegen politischer Vergehen. Als Folge des Heimwehrputsches im September 1931 und noch stärker im Ständestaat wurde Beamten untersagt, politisch aktiv zu sein. Und das galt sogar, wenn jemand nur ein Flugblatt in der Tasche hatte oder nichts sagte, wenn ein Kollege im Wirtshaus politisierte. Die Gesellschaft und auch die Beamtenschaft radikalisierten sich im Verlauf der 1930er Jahre zunehmend. Frauen im Dienst des Staates Es gab auch Frauen, die im öffentlichen Dienst arbeiteten. Die längste Zeit eher als Vertragsangestellte denn als krisensichere Beamtinnen. Frauen arbeiteten dabei zum Großteil im niedriger bezahlten Kanzleidienst. Die wenigen, die höhere Positionen erlangten, taten das in den Bereichen Bildung und Soziales. Bis 1919 galt bundesweit ein Beamtinnenzölibat, sodass nur ledige und kinderlose Frauen im Staatsdienst arbeiten konnten. Manche Bundesländer behielten diese Regelung bis in die 1930er Jahre bei. Viele traf dann die Doppelverdienerverordnung, die in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit dafür gedacht war, möglichst vielen Männern Stellen zu erhalten. Frauen im öffentlichen Dienst, die mit einem Beamten verheiratet waren, mussten ihren Posten verlassen, wenn der Mann eine gewisse Einkommensgrenze erreichte. Ziemlich modern anmutend ist darin ein Hinweis auf nicht-eheliche Lebensgemeinschaften. Wer so versuchte, die Regelung zu umgehen, beging ebenfalls ein Dienstvergehen. So ungerecht die Verordnung scheint, sie führte zu keinen Massenentlassungen von Lehrerinnen oder Schreibkräften, sondern traf Einzelne in verschiedenen Bereichen. Der angestrebte Nutzen, der Arbeitslosigkeit von Männern entgegenzuwirken, lässt sich daher auch anzweifeln. Was sich allerdings in solchen und anderen Beamtenverordnungen widerspiegelt, sind gesellschaftliche Annahmen dazu, wie ein respektables, standesgemäßes Leben auszusehen hat. Zur Person Therese Garstenauer hat Geschichte, Soziologie und Russisch in Wien, Moskau und Edinburgh studiert und an der Universität Wien über Kooperationen zwischen russischen und westlichen GeschlechterforscherInnen promoviert. Beamte als Forschungsgegenstand begegneten ihr erstmals in einem Forschungsprojekt der österreichischen Historikerkommission zum Vermögensentzug während der NS-Zeit. Nach Mitarbeit in einem Forschungsprojekt zur Unternehmenskommunikation in Russland an der Wirtschaftsuniversität Wien bekam sie das Elise-Richter-Stipendium des Wissenschaftsfonds FWF für ihr Habilitationsprojekt zum Beamtentum der Zwischenkriegszeit zuerkannt. Sie hörten Beamtentum zwischen staatsdienend und staatstragend ein Beitrag von Psyloc aus Kultur und Gesellschaft Sprecher Uwe Kulnig Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr. Musik 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 Musik